Ciao meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Overwatch-Video. Wir schauen uns gleich wieder neue Fälle an, aber zuallererst wollen wir glaube ich alle wissen, ob der Knilch mit den Knives gebannt wurde oder nicht. Das finden wir jetzt heraus. Hier folgen nun erstmal die anderen Suspects, die reingekackt haben und auch ein paar ihrer Leute, die mitgebannt wurden, also Leute, die mitgehackt haben oder gegengehackt haben. Das waren jetzt die bisherigen Suspects und noch ein paar Mitspieler dazu, die eben gebannt wurden. Da waren einige Game Buns dabei und auch ein paar Wack Buns. Und jetzt kommt die große Frage, wurde der Knilch mit den zwei Knives und ich glaube sogar zwei Paar Handschuhen weggenudelt oder daddelt der noch rum? Trommelwirbel. Oh shit. Hier sind es zwei Dinge, die mich auf jeden Fall zum Schmunzeln bringen. Natürlich einmal die Skins, die weg sind. Wir schauen gleich nochmal ins Inventar rein. Damit ihr auch sehen könnt, es ist wirklich derselbe Account wie den, den ich vor kurzem offen hatte. Und ja, die Skins sind da hier oben. Do not play with me because you... Hier ist jetzt das gesamte Inventory. Und wie gesagt, ihnen hat es halt echt böse gebeutelt. Wir haben letztes Mal schon zusammengerechnet. Ich glaube, ich habe über CSGO Backpack geguckt, was sein Account so wert war. Und ja, da ist jetzt einiges auf den Müll geflogen. Unter anderem so ein wunderschönes Graffiti. Hätte ich gerne gehabt. Zwei Knives, zwei Handschuhe, ne? Das zweite Knife war jetzt auch nicht so fett. Wo ist es hier? Ein Scorched. Aber trotzdem, ja? Knife ist Knife. Es gibt viele Leute, die wünschen sich seit Jahren oder halt schon immer, seit sie CSGO spielen, dass sie irgendwann mal ein Knife haben und der Knilch schmeißt gleich zwei weg. Und auch die Skins darf man nicht vergessen, ne? So eine Cyrax und auch hier seine... Wo sind sie? Die, ähm... Prince Streams, die beiden. Auch lecker. Es ist schon nice, dass er gebannt wurde. Also ich hatte natürlich Sorge, dass er halt nicht gebannt wird. So wie viele andere auch, die reinhacken und mit einem fitten Inventar da stehen und das Inventar sie schützt. Aber hier in dem speziellen Fall muss man vielleicht auch sagen, dass er jetzt ja nicht gerade ein Legend-Cheater oder sowas war. Sondern man hat ja schon, bevor er richtig angefangen hat, rein zu ragen gesehen, dass er anhat. Und dann hat er auch noch reingeraged. Also in so einem Fall ist der Bann halt meistens nicht weit weg. Er kann zwar trotzdem auch nicht eintreten, aber ja, arg weit weg ist er dann nicht. Bye-bye Skins. So oder le. Und nach diesen wunderbaren Nachrichten suchen wir uns direkt ein paar neue Idioten, nicht wahr? Außer wir hätten tatsächlich mal wieder Legend dabei. Dann ist er natürlich kein Idiot. Na klar. Zack. Das liegt sehr fix. Also da rechne ich leider mit einem Fall, der nicht allzu lang ist. Also vielleicht, vielleicht... Ein Kackvogel. Aber möglicherweise auch nicht. Also es war jetzt nicht ultra schnell, aber schon wahrscheinlich eher ein kurzer Fall. No. Er guckt noch gerade aus. Sehr schön. Und es ist Vertigo. Doppelt schön. Jetzt bin ich gespannt, ob er einer dieser typischen Fälle ist, die man gerade in den letzten paar Monaten ständig hat. Oder ich zumindest ständig habe. Ich habe jemanden, der richtig, richtig Kacke spielt und eine einzige Runde eben normal spielt. Dann verliert er. Dann wird reingedreht. Aber hart. Mal gucken, ob er auch so ein Lauchlappen ist. Also da oben steht einer drauf. Er hat jetzt extra die Smoke abgewartet, um da hochzuballern. Ich sage jetzt aber einfach mal voraus, dass er diese Information schon etwas... Also das... Ja, das wusste er schon. Also da musste die Smoke nicht extra weggehen. Die hat er nur weggehen lassen, damit das nicht so unlegit aussieht. Da hinten kommt noch einer. Wow. Was war denn das für ein Dödelmuffels? Hier Achtung, die kommen gleich rechts hinter ihm. Er hört nicht. Jetzt ist er ja schon in Sicht und wird sogar... Oh mein Gott, er dreht sich um. Warte mal, ich werde angeschossen. Ist er vielleicht außerhalb der Map? Richtig Dödel. Wir beobachten das hier natürlich weiter. Der Gegner macht denselben Move nochmal. Das ist irgendwie dumm. Aber gut, naja, soll er halt. Die Smoke ist jetzt gleich wieder weg. Ja, also auch die Aimerei, das auf die Gegner schlussendlich drauf zielen, ist jetzt nicht wirklich von ihm gemacht, würde ich sagen. Also es sieht so unsmooth aus. Da ist viel zu viel Hakelei mit dabei. Und wenn man eben sonst so sieht, was er macht. Und guck mal, wie er ihn auch im... Ohohoho. Wie er ihn auch im Blick behalten hat. Durch die Wand die ganze Zeit. Also ich denke, den Vision Assist können wir ihm jetzt so oder so schon feste zuschreiben. Aim Assist müssen wir noch gucken. Jetzt hat er endlich eine AK und geht gegen diese zwei hier vor, die wahrscheinlich jetzt auch direkt durchrennen. Ja, Kite oder wie er heißt. Ja, und? Wow. Also da kam er ja gar nicht klar auf den zweiten. Hat er da irgendwie aufgehört zu drücken oder was? Ah, guck mal da. Da dreht einer von den Gegnern rein. Er. Dieser Headshot sah jetzt eigentlich, eigentlich recht vernünftig aus. Wir haben also einen Hacker schon mal im Gegnerteam. Da bin ich jetzt schon gespannt, ob... Ach, ja. Da muss man natürlich gegendrehen. Natürlich! Ah! Uh, okay. Later. Hier gibt es überhaupt keine Frage. Da sind die drei oberen Dinge drin. Weg. Und da ist schon der nächste Fall. Nummer zwei. Oh, Office. Hm. Er schaut noch. Ja, das ist auch Warm-Up. Noch geradeaus. Und hat immerhin, immerhin eine High Beam. Aber das heißt gar nichts. Mhm, mhm, mhm. Kein Knife. Er hat Revolver am Start. Bäh. Revolver ist ultra nervig, wenn sie reinragen. Dann macht er immer dieses Klack, 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 Klack. Weil sie immer wieder anziehen. Weil du durchscrollst. Weißt du, das schneide ich für euch ja eh weg. Ich hoffe, dass er das nicht macht. So, der Warm-Up ist jetzt zu Ende. Wir gucken mal. Er hoppelt rum, war aber ganz chillig. Das war alles lässig. Äh, es kommt bei ihm jetzt noch keiner close. So, da hinten ist einer. Er. Oh, er hat richtig hart auf die Fresse bekommen. Das sah so aus, als wenn der andere anhätte. Weil er eigentlich ohne Info da drin stand. Vielleicht hat er irgendwie einen Schniepel von der Waffe gesehen oder sowas. Das weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal. Aber es wirkt schon wieder so ein bisschen wie ein Spiel, wo er dann eben anfängt rein zu keckeln. Weil die anderen hacken oder eben halt besser sind als er. Keine Ahnung. Da kommen die Headshots auf jeden Fall dick rein auf ihn. Mal gucken, wie lang sein Geduldsfaden ist. Ja, noch schaut er gerade aus. Okay. Chapeau, Chapeau. Er wird von seinem Mate geflasht. Oh, da kommt der erste City rein. Der Mate schmeißt in die Smoke einen Molly. Keine Ahnung, was da los ist. Also er wird immerhin auch, ich wollte gerade sagen, immerhin nicht durch die Smoke getroffen. Also vielleicht haben sie da kein Vision Assistant Gegner Team. Aber der Scout Shot war dann doch, glaube ich, ziemlich treffend. Aber gut, das muss nichts heißen. Also diese Position hier, dieser ganze Gang. Da sollte man natürlich nie stehen, egal auf welcher Seite, wenn dann der Smoke liegt. Da ballern alle durch. Oh, da kam ein richtig schöner Headshot rein. Oh, okay. Das sieht am Ende nicht sehr normal aus. Die Züge auf den Kopf. Wir gucken mal weiter. Also er kam scheinbar die ganze Zeit nicht dazu, sein Skill zu zeigen. Sie haben jetzt noch einen City übrig, aber der rennt schon weg. Der will wohl einfach nur überleben. Jetzt kommt da ein Grant, links von dir, Suspect. Der ist jetzt auf deiner Höhe und... Ja, doch, da gehen die Shots schon schön in den Kopf. Waren, glaube ich, zwei oder drei jetzt eben mit der MP. Also wenn er da jetzt reingeht, ist er wirklich wahnsinnig. Die AWP, die M4, alle schießen ihn die ganze Zeit durch. Wenn er sich so da reinstellt, wäre er ein bisschen dirm. Ah, da, da, ho, 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 ho. Der geht kurz hin. Ich denke, dass einer von den Gegnern, also wahrscheinlich eben der mit der AWP, da so ein bisschen, was auch der Pfanne hat, was extra Infos angeht. Der steht auch hier wieder schön da. Blackbird ist einfach gefog... Was würdet ihr sagen, Leute? Das war satt. Ja, okay, gut. Also ich denke, hier haben wir überhaupt keinen Zweifel. Vision Assist bei ihm am Start und Aim Assist. Jetzt könnten wir natürlich noch darauf spekulieren, dass er vielleicht... Übrigens hat man eben gesehen, wie er lockt, während er die Granate schmeißt auf den Feind. Wir können jetzt aber spekulieren, dass er vielleicht sogar noch anfängt, auf den Boden zu glotzen und sich so ein bisschen wild zu drehen. Ich spule mal einen Ticken vor und wir gucken. Ja, ah, nee. Ich dachte gerade, er macht's schon. Weißt du, wenn er so oft getroffen wird, dann braucht er natürlich... Äh, ist er eben gegangen? Wurde er gegangen? Ich hab's nicht gemerkt. Er war weg auf jeden Fall. Er ist am Anfang der Runde raus. Vielleicht gegangen, weil die Gegner bessere Cheats haben. Man weiß es nicht. Gut, Aim Assist, yes. Vision Assist, yes. Other? Also, da hab ich jetzt nichts feststellen können. Er ist nicht rumgejumpt. Er hat kein Anti-Aim am Start gehabt. Speedhack auch nicht. Gibt es Speedhacks überhaupt noch? Ich erinnere mich da bei 1.6 an Szenen. Und auch bei Source? Ich glaub, bei Source schon nicht mehr. Speedhack und Longarm beim Knifen und sowas. Das war damals vor 15, 20 Jahren war das was. Aber ich glaub, das gibt's heute gar nicht mehr. Gut, okay, ja. Und hier, insuffizient. Auch soll ich eine Schmachfolgsfall Nummer 3? Ich hoffe, er wird gut. Mich freut es übrigens sehr, dass euch diese Overwatches so gut gefallen. Es kommen immer wieder neue Leute ran, die sagen, hey, ich hab dich über die Overwatches gefunden. Oder ich schau die gerne. Also, das find ich nice. Auch, dass euch dieser Touch gefällt. Dass ich mir halt die Accounts angucke und so ein bisschen drüber glotze, was halt so abgeht. Das macht die Sache für mich natürlich auch nochmal ein bisschen spannender. Weil ich sonst ja gar nicht wusste, was passiert mit den Leuten. Ich hab immer nur diese Nachricht bekommen, hey, da wurde mal wieder jemand gebannt. Beziehungsweise diese Overwatch XP. Aber so ist es für mich auch nochmal eine ordentliche Schippe spannender. Welche Map haben wir denn diesmal? Bitte nicht das 2. Ich hab's gejinxed, Zowie, Leute. Man hat in jedem Overwatch mindestens eine Runde das 2. Und leider sind das meistens die haarigsten Runden. Aber er guckt auch noch gerade aus. Sehr schön. Gönn uns mal, bitte, nicht direkt von Anfang an irgendwelche, okay, da könnte man vielleicht noch sagen, also vielleicht war da so ein bisschen Lack dabei. Die haben die Bombe hinten verloren. Oh, da vorne kommt einer. Ah, ja. Gut. Da würde ich leider auch jetzt schon wieder auf Vision tippen bei ihm. Er chillt, er wartet, er weiß, wann die Gegner kommen, ne? Beim Aim, müssen wir noch gucken. Es zuckelt. Schon ein bisschen... Oh, 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 Monsieur. Der erste Jumpshot, der reinging. So was ist natürlich kein Zeichen für irgendwelche obvious Hexe oder so was. Wir machen das auch oft genug in den Streams. Also nicht ich, aber meine Leute machen das oft genug. Aber, ja, wenn das jetzt öfter kommt, dann müsste man da schon auch mal ein ganz großes Holzauge drauf werfen. Ich glaube, wir haben sogar einen Clip von Sneasel. Da macht er drei Jumpshots in einer einzigen Runde. Also in einer Runde. Nicht in einem Spiel, sondern in einer einzigen Runde. Auch hier auf das 2. Aber ja gut, das ist... Ja, ist gar nicht so schwer, die Sache. Also ich habe auch schon ein paar gemacht. Das ist jetzt nicht so heftig. Aber schon vor allem mit AWP und so weiter muss man schon auch so ein bisschen Luko sein, ne? Also mit einer Pump auf Close Range ist es natürlich easy, wenn du springst, sondern das steht vor dir. Also, ich würde hier, wie gesagt, auf Vision plädieren. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr ihm drücken würdet. Er wartet jetzt hier sehr lange auf Mitte. Aber da kommt auch gleich einer. Also da rechts und auch links. Die einer Close hier unten rechts, oben links, ne? Die standen die ganze Zeit da. Er weiß, dass hier rechts einer ganz nah ist. Und, ja, drückt ihm eben auch ein kleiner, aber fein Schotti. Jetzt will er über Short diesen drei Dödeln hinterher. Er tut so, als wenn er hier abaimt. Oh, da hat es kurz gezuckert. Ist wahrscheinlich kein Demo-Fehler. Er tut so, als wenn er ab und an abaimen würde irgendwie. Aber er weiß dann doch sehr, sehr genau. Erstens mal, wo die Gegner stehen. Und zweitens, wo halt der Gegner steht, der eben gerade am ehesten gefährlich sein könnte. Einer ist jetzt noch da und der ist bei City. Also mit dem konnte er ja nicht viel anfangen. Der chillt ja da unten rum. Boom. Mhm. Wir achten hier auch weiterhin schon auf sein Crosshair-Placement. Auf seinen Pre-Gefeierer und so weiter und so fort. Um zu gucken, ob man ihm auch einen Aimer reindrücken könnte oder sollte. Da unten kommt jetzt gleich einer. Der kann ihm aber erstmal nicht gefährlich werden. Erst jetzt, wo er eben da hochspringt wieder. Darum würde ich sagen, guckt er dann auch erst in dem Moment hin. Und nicht davor schon. Ja, da kommen sie jetzt gleich raus. Und? Mhm. 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 Na ja, da war sein Pre-Aim auf jeden Fall auch haarig, ne? Schön auf die Klöten ziehen oder noch tiefer. Um ja nicht auf Körper oder Kopf schießen zu können. Oh, da bin ich echt gespannt, was ich schreibe bezüglich des Aim-Assists. Mal da. Ja. Solche Shots wissen wir ja gerade an dieser Stelle hier sehr einfach ohne einen Aimer, weil du ja Vision-Assist hast. Du hast das Faden, gehörst einfach auf den Punkt und der läuft dir rein. Dann musst du nur noch abdrücken. So was ist sehr easy bezüglich jetzt der Aim-Geschichte, dass ihr das vielleicht mit im Kopf behaltet? Äh. Auch hier. Ne? Easy peasy. Er weiß ja, dass er da kommt und wann er kommt. Das sollten wir auf jeden Fall mit consideren, wenn wir dann gleich drücken. So. Hier wieder sein Play auf Mitte. Er weiß, wo er steht. Und kriegt auf die Nase. Ich würde sagen, das spricht für ein normales Game und keine Aim-Hilfe. Da bin ich aber dennoch... Oh, er kriegt von dem da oben sogar noch ins Bäuchlein geschossen von dem Linken hier. Äh, da könnte auch was am Start sein, auf jeden Fall bei denen. Ja. Weg mit dem Lurch. Achtung. Und... Oh, okay. Das letzte draufziehen, weiß ich jetzt nicht. Also, das werde ich jetzt so für mich einfach drücken. Und wir lesen uns dann in den Kommentaren, was eure Meinung so war. Schade, schade Schokolade, Leute. Ich habe mir das noch einen ganz schönen Fall gewünscht, aber es hat nicht sollen sein. Aber wisst ihr was? Dafür gibt es heute im Livestream-Giveaway eine leckere AK-47-Point-Desiree in Mini-Milware. Da kann man schon mal zugreifen, ne? Der Livestream startet heute um 18 Uhr und es gibt auch jetzt das Livestream-Giveaway, fällt mir gerade ein. Ajo, das läuft jetzt ja auch. Rankommen! Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Stream. Danke für die Kommentare, für die Likes und so weiter und so fort. Wir haben jetzt ziemlich edle User am Start, ne? Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.